Gehen wir nach dem Nachbarn und sehen, wie es alles weitergeht. In der zweiten Halbzeit war es okay, durch den Rückstand muss der Gegner ein bisschen mehr öffnen und ein bisschen mehr nach vorne kommen. Mit dem 2-0 wäre das Spiel gelaufen gewesen und wir haben dann durch Unkonzentriertheit und auch durch unnötige Dinge, die wir eigentlich schon ein paar Mal besprochen haben, dass wir mehr mit dem Schiedsrichter diskutieren, also uns auf unsere Leistung konzentrieren und dementsprechend hätte das Spiel innerhalb von 2 Minuten kippen können und das wäre dann natürlich der Supergang gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist eher eine Bemerkung mit einer Frage auch dazu. Es ist dann klar bei Ahli in letzter Zeit, das haben sie heute gesagt und das ist auch zu sehen in letzter Zeit. Ich kann nicht verstehen, dass heute neun Spieler gewechselt wurden, aber dann trotzdem die neun Spieler, die auch nicht das letzte Spiel mitgemacht hat, trotzdem haben auch dann nach der 60. Minute auch konditionell nicht gut ausgesehen und deshalb dann auch die Konzentration nicht optimal war. Dazu kommt dann ein Problem im Mittelfeld, die man auch sieht dann gegen Simba. Gegen Sundance war beim zweiten Spiel, beim Rückspiel war es besser. Aber im Mittelfeld hat man auch dann Probleme gesehen, die dazu geführt hat, dass die Sturm und auch dann die Defensive dann gelitten hat dadurch. Ja, also was für ein Problem? Also das sind eher, okay. Aber das ist ja nur allgemein. Ich sage, wir haben konditionelle Probleme, ich sage, wir haben keine konditionellen Probleme. Es ist so, wenn wir das natürlich weiterspielen, wenn wir die Konzentration haben, wenn Spieler von außen nach hinten kommen und 10 Minuten, Viertelstunde spielen, also die können keine konditionellen Probleme haben. Das ist nicht in Bend und sucks, wenn wir die Konzentrationen nicht verhalten können, ich weiß, dass wir hier nicht in die Wungen liegen, also과� weil wir das nicht bemühen können, das ist nicht eventuell. Wir haben auch eine gute friedliche Blase. Das ist nicht. Das ist ein Problem, dass wir die Konzentration haben. Das ist nicht, was man nichtiftet? Ich habe die Konzentrationen. Ich bin ja auch mit den Problemen. Das ist ja auch eine Konditionen. Ich bin ja auch bei der Zwischen Eckenstele. Der Dr. Moche ist das, was ich meine? Es ist dann so, dass Al-Ahli dann in letzter Zeit fast bei jedem Spiel ein Tor bekommt und das war letztes Jahr nicht der Fall. Die machen zu viele Fehler im Mittelfeld und hinten in der Abwehrkette, hat das damit mit der Konzentration zu tun oder hat es dann mit anderen Gründen und das ist dann komisch, dass sich die Fehler wiederholen dann für vier Spiele in Folge und das wird nicht korrigiert. Es gibt auch noch einen Gegner und der Gegner war zweimal hinter, der musste alles riskieren und alles nach vorne gehauen. Okay, dann kriegen wir einen Elfemil, wir sind nicht ausgespielt worden, wir haben ein Handspiel gemacht, also Unkonzentrierte, das kommt dazu, aber wir sind nicht ausgespielt worden. Zum Beispiel zum Beispiel im Mantsch den Tag heute ist, wir waren über 200-200-200 donors sicherlich anstrengen, aber dann wird es ein bisschen einfacher, dass wir eine Art von 2000 von zweit verabschieden, wir wollen einfach die Ergebnisse zu machen und daran erfreulsen. In der Erste Aufgabe, wir haben die Arbe mit einer Abwehr befestigt, es ist nichts, weißt, überhaupt keine supplyingen- sondern es ist zu tun. Wir haben nichts, was wir, also haben sie zu tun. Es wäre etwas, dass wir vielleicht etwas gar nicht zu tun haben und etwas zu tun. Es geht weiter auf die Erdbeigungen auf die Erdbeiding, aber wir haben keinen Abwehr lastжengez. Wie viele Chancen hatten Sie aus dem Spiel heraus? Es gab einen Weitschuss in der zweiten Halbzeit. Ich möchte wissen, wie viele Chancen haben Sie aus dem Spiel heraus? Und dann ist es natürlich so, dass die einen, die viel gespielt haben, oder vielleicht mehr gespielt haben, du brauchst natürlich Rhythmus. Und dann konnte er mir noch nicht so planen, dass wir viel Rotation haben, dass du diesen Spielrhythmus hast. Ich habe Dibis gesehen, ich denke, oder er sagt, wer hat konditionelle Probleme. Also muss er mir etwas sagen, weil ich denke jetzt auch, Dibis hat auch in der Meisterschaft gespielt, aber der kann laufen. Also ich glaube nicht, dass der konditionelle Probleme hat. Ich glaube nicht, dass andere konditionelle Probleme haben. Dass wir nicht laufen können. Ich bin nicht ein für schon mit der Kondition. Ich weiß nicht, dass wir nicht langsamer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. weil wir die Krim die Dibis nicht mehr genießen können. Ich bin wirklich ein Teil der Krim. Das war auch ein Teil der Krim der Krim. Das war die letzte Phase der Krim, weil der Krim, die wir die Schmerzen der Krim haben, Das war's. Wenn man Probleme hat, kann man nicht sehen. Das kann sein, dass die, die nicht viel gespielt haben, und sich heute auch gezeigt haben, dann sollte man ein bisschen Spieler spielen. Das ist aber normal. Wenn du nur trainierst, dann ist das so. Ich gratuliere dann für den Sieg. Drei Spiele in der Meisterschaft. Toni hat die drei Spiele dann 90 Minuten gespielt. Und Ahli hat dann einen Stürmer gebraucht von Anfang der Saison. Aber Toni hat bis jetzt dann das nicht gezeigt, was er braucht, was fehlt ihm, damit er das macht, was er braucht. Er braucht Spielrhythmus. Das ist das erste Mal, dass er 90 Minuten gespielt hat. Das ist das erste Mal, dass er 90 Minuten gespielt hat. Aber dass er dann der Stadelf für drei Spiele ist. Also er hat begonnen dreimal. Wo? Ja, aber er hat nicht 90 Minuten gespielt. Okay, dann kamen dazwischen, kamen noch ... Corona, oder? Und dann kamen wir Corona auf den Nuss. Und dann kamen wir in der Nuss. Und dann kamen wir in diesem Spiel. Und das hat er das erste Mal 90 Minuten gespielt. Das ist wichtig. Okay, dann mit ihm zu sprechen. Okay, kann er ... Können wir das am Mittwoch nochmals machen? Oder dann erst später? Das ist meine Bespreche. Das ist der Röbel, den du brauchst um, 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 die weiter zu verbinden. Er braucht Rettmum Mattschott, und das braucht ein Laufenden für ein Zeitpunkt. Er braucht Rettmum Mattschott, um zu zurück zum nächsten Mal zu kommen. Aber wir haben auch noch nicht die drei Wochen, und wir sehen uns, die vier Wochen, um, die vier Wochen zu sprechen. Er kann man mit dem ersten Mal spielen? Er kann man mit dem ersten Mal spielen spielen? Oder er kann man mit dem ersten Mal spielen spielen? Oder er kann man mit dem ersten Mal spielen spielen? Das ist das alles, aber es braucht viel, aber er braucht mehr Rettmum Mattschott. Die Katholika für den Sieg ist bestimmt dann einen wichtigen Sieg dann für die Selbstbewusstsein wieder zu gewinnen. Wir haben heute dann ein bisschen Verbesserung gesehen bei Modest, was die Aggressivität angeht und Versuche dann ans Tor, haben sie mit ihm allein gesprochen dann individuell nach der sehr aggressive Kampagne, die er in letzter Zeit begegnet dann von den Social-Medien. Letzte Frage, ich gratuliere dann für den Sieg und es ist dann ganz wichtig, dann das erste Spiel nach einem Ausscheiden in Afrika ist immer schwierig. Die zweite Frage ist, was ist der Unterschied zwischen dem Beginn unserer Mannschaft dieses Jahr und letztes Jahr? Ja, das ist der Start, er meint, dass der Start letztes Jahr dann viel besser ist. Ja, also letztes Jahr hatten wir mehr Meisterschaftsspiele-Vorgänge, jetzt sehen wir direkt, wir hatten zwei Meisterschaftsspiele, wir hatten eigentlich mit dem Supercup, da haben wir gleich ein Spiel gehabt, da war die Vorbereitung war zu kurz, wir haben den Supercup gehabt, es geht nicht anders, weil wir so viele Spiele haben, dann ist die... Rotation, also die Spiele, die gefehlt haben, Rotation oder Verletzung? Nein, Pause, einfach, also intensives Spiel, viele Emotionen, gutes Spiel, wir haben uns nicht qualifiziert, okay und dann muss ich schauen, wer ist mental bereit, wer kann es umschalten, okay. Ich habe Fragen gegeben und okay, die sind morgen wieder mit dabei. Ich habe die Göttung mit Erraten im großen Fondwort, il dile Mer ga weiter, Tschüss. Die原äuty alright, woher was wir vorheritenden, wir haben ein bisschen in der Zeit, wie es den Tag in der Zeit 곳, die K tidak почkea bei einer anderen Seite,ствiener wir, und das sind verb pérengeher. So wir haben uns vortragenten können in den Tag, die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.